Okay, jetzt gib mir die Dose wieder. Ich finde, weil's meine Idee war, die Parkbank anzusprühen, darf ich sie auch ansprühen. Hör mal, die Parkbank anzusprühen war meine Idee. Ja, aber ich hab gesagt, die Idee ist gut. Gib mir die Dose ab! Hey, das Unsichtbarkeitsspray funktioniert. Und hier rechts können Sie sehen, wie sich zwei nackte Kerle wegen einer Farbsprühdose streiten. Ach, du meine Güte!